Exkurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Keine Angst vor Kiezdeutsch. Ansichten und Einsichten zu einem neuen deutschen Dialekt. Von Professor Heike Wiese. Gehalten am 18. Juni 2013 im Haus der Wissenschaft in Bremen. Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Mit Kiezdeutsch hat sich in Deutschland eine neue Variante des Deutschen entwickelt, besonders in Wohngebieten, in denen viele Sprecher, aber eben auch nicht alle, mehrsprachig sind. Das ist ja eigentlich erst mal was Gutes. Das heißt, wir haben hier ein neues Element im Deutschen, das noch stärker zu unserer sowieso schon sehr großen sprachlichen Vielfalt beiträgt. In der öffentlichen Diskussion, eigentlich gar nicht so sehr im Fach selbst, schlagen die Wogen aber teilweise sehr hoch. Es werden Vorbehalte, teilweise selbst Ängste geäußert, zum Teil sogar bis zu starken Aggressionen, aber eben auch neben Positivem auch sehr viel Negatives an Kiezdeutsch. Warum ist das so? Wo kommen diese Vorbehalte her? Wo haben die eine sachliche Basis? Was ist das Problem mit diesem Dialekt in der öffentlichen Wahrnehmung? Ich will, um das zu beantworten, erst mal gar nicht auf Kiezdeutsch eingehen, sondern überhaupt erst mal was zu Dialekten und Umgangssprache sagen. Das habe ich im Gespräch bei Karstadt in Göttingen in der Warteschlange vor der Kasse gehört. Ein Junge, etwa neun Jahre, sagte zu einer anderen Kundin, die gerade das falsche Kleidungsstück nehmen wollte, das ist meiner Mutter sein Hut. Die Kassiererin verbessert, das heißt meiner Mutter ihr Hut. Zustimmendes Gemarmel in der Warteschlange. Warum haben sie jetzt gelacht? Was ist so merkwürdig daran? Da sagt jemand, was falsch und wird verbessert. Okay, warum finden wir das lustig? Genau, weil man eigentlich sagt, eigentlich ist ja beides falsch. Aber wann ist beides falsch? Aus welcher Sicht ist beides falsch? Eigentlich nur, wenn ich das aus der Sicht des Standarddeutschen sehe. Die Kassiererin sieht das ja nicht so. Und wir alle finden ja die zweite Variante besser als die erste. Und das kann ich so sagen, weil ich davon ausgehen kann, dass sie diese Konstruktion kennen. Die ist nämlich seit langem im gesamten deutschen Sprachraum nachweisbar. Das heißt, jeder Dialekt des Deutschen hat das. Eigenartigerweise nicht die Standardsprache, sagt der Duden. Das heißt, sie kennen die Regeln, die zu meiner Mutter ihr Hut und nicht zu meiner Mutter sein Hut führen. Und dieses Wissen ist sehr komplex. Das ist nicht unbedingt formulierbar. Wenn ich Sie jetzt frage, was muss eingesetzt werden, dann können Sie das sagen. Sie können aber nicht unbedingt die grammatische Regel sofort aus dem Ärmel schütteln. Also es heißt meiner Mutter ihr Hut. Wie heißt es hier? Meiner Mutter ihre Tasche. Genau, das wissen Sie. Meinem Vater sein Hut. Meinem Vater seine Tasche. Genau, das heißt, Sie kennen die Formen alle. Diese Formen sind sehr komplex. Sie mussten da sehr viel grammatisch berechnen. Sie mussten die Form danach richten, wie das Genus des Possessors, des Besitzers ist. Es ist ihr versus sein, je nachdem, ob es die Mutter oder der Vater ist. Und die Endung mussten Sie aber nach dem Genus des Possessums, des Besitzers richten. Also es ist keine Endung bei Hut, Endung bei Tasche. Maskulin, feminin. Was Sie auch noch machen könnten, wäre, wenn Sie das Ganze jetzt im Satz haben, also etwa so etwas wie mit meinem Vater seinem Hut, dann müssen Sie auch noch sich nach dem Kasus richten, den das Verb gerade fordert oder in diesem Fall die Präposition. Das heißt, Sie müssen da sehr viel Grammatikarbeit leisten, um diese Konstruktion hinzukriegen. Die ist sehr komplex. Die ist nicht einfach nur falsches Deutsch, sondern die ist in sich stimmig. Die folgt einer sehr komplexen Regel. In diesem Fall ist die Regel im Nichtstandard sogar erheblich komplexer als die im Standard. Wenn wir uns jetzt so einen einfachen Genitiv angucken. Gut. Bei Hut der, bei Tasche die. Was muss ich machen? Genus richtet sich nach Hut oder Tasche. Das war's. Mehr müssen Sie hier nicht berechnen. Das heißt, in diesem Fall ist der Standard sogar sehr viel einfacher. Die Regel ist nicht so komplex. Sie haben mehr Grammatikarbeit zu leisten beim Nichtstandard. Die Sache ist hier, was Standard ist und nicht, ist einfach eine Sache von Verabredung. Es ist nicht immer das Komplexere, das Schönere, das Gehobenere der Standard und das einfache, das fürs einfache Volk ist nicht Standard, sondern es ist etwas Standard, was als standardsprachlich gilt. Und der Duden sagt hier zu Recht, das ist eigenartigerweise, gilt das nicht als standardsprachlich, eigenartigerweise deshalb, weil wir es in allen Dialekten des Deutschen haben. Wir haben es nicht nur in allen Dialekten des Deutschen, sondern wir haben es zum Teil auch in der Literatur. Hier aus Schillers Wallenstein, auf der Fortuna ihrem Schiff und so weiter. Das ist der ganz normale, possessive Dativ, den wir eben auch bei meiner Mutter im Hut hatten. Der Grund, warum man erstmal denkt, naja, ist doch sowieso beides falsch, da gibt es gar keine Unterschiede, ist der, dass wir oft die Standardsprache als das Maß aller Dinge sehen, auch wenn sie eigentlich nur eine Variante von vielen ist. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in ganz Europa verbreitet, auch in anderen westlichen Ländern. Das ist in der Soziolinguistik schon ganz lange bekannt als die sogenannte ideologische Verbundenheit mit dem Standard. Ideologisch deshalb, weil es hier um Einstellungen und Wertesysteme geht und nicht so sehr um Fakten. Diese ideologische Verbundenheit mit dem Standard, wie die Soziolinguistik das nennt, also in Deutschland das sogenannte Hochdeutsch, unser Standarddeutsche wird auch Hochdeutsch genannt, ich sage gleich noch warum, führt dazu, dass man denkt, der Standard wäre etwas Höherstehendes. Wenn etwas dann vom Standard abweicht, dann wird das grundsätzlich als Fehler gesehen. Auch wenn es in unserem Beispiel, Karstadt an der Kasse, im Dialekt gar kein Fehler war. Im Dialekt der Fehler war meiner Mutter sein Hut, meiner Mutter ihr Hut ist im Dialekt kein Fehler. Wenn ich das aber als Fehler sehe, dann stufe ich nicht Standardsprecher, Sprecherin natürlich auch negativ ein. Das ist etwas ganz verbreitet. Jemand, der dann falsch spricht, wird als sprachlich weniger kompetent angesehen. Zweiter Aspekt, der sehr verbreitet ist, auch wieder nicht nur in Deutschland, soziolinguistisch sozusagen ein alter Hut, dass wir den Sprachgebrauch sozial Schwächerer eher negativ einschätzen. Also, wenn Sie glauben, dass Sie sozial höher stünden als jemand anders und er spricht anders als Sie, dann spricht er für Sie nicht anders, sondern schlechter. Das ist oft ein Reflex, den wir haben. Wenn die Queen in England ein besonderes Englisch spricht, was teilweise ziemlich komisch klingt, dann wird das nicht als klingt komisch oder schlechtes Englisch abgehakt, sondern da ist das irgendwie was Besonderes. Das ist so ein bisschen königlich. Wenn die Londoner Arbeiterschicht ein Cockney spricht, dann ist das nicht einfach nur anderes Englisch und was Besonderes, sondern es ist einfach falsches, schlechtes Englisch in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist ein ganz verbreitetes Phänomen. Diese beiden sehr verbreiteten Einstellungen, die Verbundenheit mit dem Standard und die negative Einstufung des Sprachgebrauchs sozial Schwächerer, die führen zur Entstehung sprachlicher Mythen. Einige davon will ich heute behandeln mit Bezug auf Kiezdeutsch, aber lassen Sie uns vorher noch mal angucken, was dieses Hochdeutsch ist, von dem wir in Deutschland immer sprechen. Hochdeutsch ist kein gehobenes Deutsch, sondern Hochdeutsch ist alles, was nicht plattdeutsch ist. Das Hoch bezieht sich nicht auf gehoben im Sinne von kultiviert, sondern einfach da, wo die Berge sind. Da, wo die Berge sind, kommt das Hochdeutsche her und vom platten Land kommt das Plattdeutsche. Daher kommen diese Begriffe. Die wurden dann in der öffentlichen Wahrnehmung teilweise uminterpretiert, als ob sich Hochdeutsch auf etwas Gehobenes bezieht. Das heißt, Hochdeutsch ist zum Beispiel bayerisch, schwäbisch, sächsisch, hessisch. Das sind alles hochdeutsche Dialekte. Kann ich hier mit trinken? Das heutige Standarddeutsche, und das ist ein sinnvollerer Begriff, denn das Standarddeutsche ist nur einer von vielen hochdeutschen Dialekten. Es ist eben nicht das bayerische und nicht das sächsische, sondern ein bestimmter hochdeutscher Dialekt, den wir Standarddeutsch nennen, ist ein Dialekt der Mittelschicht, von Anfang an gewesen. Entstanden im 17. und 18. Jahrhundert, da bildete sich in Deutschland eine neue bürgerliche Mittelschicht, die durch das Feudalsystem nur ganz wenige Möglichkeiten zur Machtbeteiligung hatte. Typische Karriere war im Staats- oder Stadtdienst. Salopp gesagt könnte man sagen, das waren alles Beamte. Die Beamtenkarriere war das, was offen stand. Wie kann ich diese Karriere, wie kann ich so eine Karriere machen und möglichst auch dafür sorge, dass auch meine Kinder, im Gegensatz zu den Kindern anderer Leute, diese Karriere machen können? Das natürlich durch Abgrenzung. Abgrenzung geschah hier durch Bildung und Bildung, das merken wir heute in Deutschland noch, nicht so sehr die Kompetenzen an sich, sondern die Zeugnisse, die das belegen. Wie kriege ich diese Zeugnisse? In unserem Fall durch die Schule. Hier etwas aus dem Standardwerk zur deutschen Gesellschaftsgeschichte von Wähler. Ein Gebildeter war schließlich, wer seine Schulung an Gymnasien und Universitäten durch Prüfungszeugnisse nachweisen konnte. Bildung in diesem Sinne setzte an die Stelle der Persönlichkeitsentfaltung den Wissensenzyklopedismus, vermittelte Leistungswissen und gewährte die in Diplomen verbriefte Berechtigung zum Eintritt in attraktive Berufe. Klingt heute noch bekannt, denke ich. Sie diente gleichzeitig als sozialer Abwehrmechanismus, um unerwünschten Zustrom von unten zu versperren. Das funktionierte unter anderem auch über die Sprache. Diese Mittelschicht musste sich irgendwie abgrenzen, auch sprachlich. Die Standessprache des Adels war französisch. Viele konnten überhaupt kein Deutsch, verachteten das Deutsch auch. Deutsch war nicht schick. Der Adel sprach französisch, die anderen Schichten sprachen unterschiedliche Dialekte. Die Mittelschicht entwickelte einen Dialekt, den sie als Standessprache entwickelte. Einen hochdeutschen Dialekt. Und das war hier ein Zitat aus Peter von Polenz, ein soziales Distanzierungsmittel zur Gewinnung von Prestige für eine herausgehobene Gruppe gesellschaftlicher Aufsteiger. Das heißt, von Anfang an diente das Standarddeutsche immer auch zur Abgrenzung. Zur Abgrenzung gegen andere. Dazu muss ich diesem Standarddeutschen natürlich ein bestimmtes Prestige geben. Und daher kommt etwas, was viele in der Linguistik beobachtet haben, dass in Deutschland eine sehr enge, starke Verbundenheit mit dem Standard ist. Dass diese ideologische Verbundenheit mit dem Standard stärker ist als in vielen anderen europäischen Ländern. Hochdeutsch. Das heutige Standarddeutsch ist, wie gesagt, ein hochdeutscher Dialekt der Mittelschicht. Eine wichtige Quelle für das Hochdeutsche war die sächsische Kanzleisprache am Meißner Hof. Wenn wir Standarddeutsch sprechen, sprechen wir sächsische Grammatik mit niedersächsischer Aussprache. An Aussprache hat sich das niedersächsische durchgesetzt. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, war eher eine Zufälligkeit. Es wurde mal als Bühnensprache vorgeschlagen, diese Aussprache des Hochdeutschen auf Niedersächsisch. Niedersächsisch müsste eigentlich erst mal platt sein. Wenn ich jetzt aber als Niedersachse Hochdeutsch spreche, diese Aussprache wurde dann zum Standard erhoben. Darum glauben viele in Niedersachsen, sie würden kein Dialekt sprechen. Das Standarddeutsche ist also eine von vielen Varianten des Deutschen. Die ist nicht gehobener oder niedriger als andere Varianten. Sie wird aber anders bewertet, sozial bewertet. Und diese Bewertung ist immer von bestimmten sozialen Wahrnehmungen und Erwartungen geprägt. Zum einen die Erwartung, überhaupt eine Abweichung vom Standard zu hören. Hier etwas, was mir ein Facharzt für Innere Medizin mal geschrieben hat, Jahrgang 32. Ich bin Berliner, habe Berlin aber mit 16 Jahren verlassen. Einen berlinischen Akzent nehme ich mir bewusst nur an, wenn ich mit Berliner Freunden oder Verwandten spreche. Ich bin aber wohl immer noch als Berliner zu erkennen. Als Werkstudent hatte ich für die Firma Braun eine sogenannte Stähbildreihe zu besprechen. Das war ein Werbetext zu einer Diashau, damals für die Vampirette. Meine Sprache wurde in Frankfurt als berlinerisch beanstandet. Ich war erstaunt, aber auch ratlos. Mein Betreuer tröstete mich. Wir legten dem Chef dasselbe Band einfach nach drei Tagen nochmal vor. Sein Kommentar? Na also, geht doch. Das heißt, ich höre auch ganz stark das, was ich zu hören erwarte. Wenn ich das Gefühl habe, jemand spricht nicht Standard, dann höre ich das auch viel stärker. Und wenn ich das Gefühl habe, hier ist Standard, dann höre ich auch Standard. Das heißt, es kommt nie nur auf die Fakten an. Es ist nie rein sachliche Reflexion dessen, was ich höre oder was passiert, sondern es spielen immer soziale Erwartungen auch eine Rolle. Ebenso sozial geprägt ist die Wahrnehmung von Dialekten als weniger komplex im Vergleich zum Standard. Wir haben ein Beispiel am Anfang gehabt. Das war dieser positive Dativ, der sehr komplex ist. Ich gebe Ihnen jetzt nochmal zwei weitere Beispiele für Komplexität im Nichtstandard. Sonntagmorgen am Kiosk. Der Verkäufer fragt Paul, ob er außer der Zeitung noch eine Packung Marlboro für seine Frau mitnehmen will. Paul antwortet. Was antwortet er? A. Die raucht sie nicht. Oder B. Die braucht sie nicht. Wer ist für A? Ungefähr vier. Wer ist für B? Fast alle anderen. Was wir im gesprochenen Deutschen machen, ist typischerweise, wir lassen in der gesprochenen Sprache bei braucht das Tee weg und bei raucht lassen wir das Tee nicht weg. Fast niemand sagt, die raucht sie nicht. Da haben wir fast immer Zeit für das Tee. Die raucht sie nicht. Wir sagen aber alle, die braucht sie nicht. Warum? Kann nichts mit der Aussprache zu tun haben, sonst wäre es bei diesen ja fast dieselben Wörter. Fast dieselben Wörter. Warum lassen wir einmal das Tee weg und einmal nicht? Brauchen ist ja auch ein Wort. Achso, weil es das Nomen, der Rauch gibt. Sollte, ja. Aber ist bei dem ersten ja genauso. Ja, aber das wäre bei Rauch ja, das hört ja gleich auf. Der Grund ist, dass Rauchen Modalverb ist und Rauchen nicht. Modalverben, Sie hätten es gewusst und nicht gesagt. Sie haben noch eine Chance beim nächsten Beispiel. Modalverben sind Verben wie wollen, müssen, dürfen, können und die Verneinung von müssen ist eben nicht brauchen. Diese Verben haben aus historischen Gründen, Verben wie wollen, müssen und so weiter, die haben aus historischen Gründen in der dritten Person Singular kein Tee. Das liegt daran, dass das alte Präteritumformen waren. Wir sagen, er will, nicht er will, obwohl wir sagen, er sagt, er raucht, er macht, er tut. Aber er will, er kann, er soll, er muss, ohne Tee. Und weil Brauchen sich langsam auch zum Modalverb entwickelt hat, lassen wir da das Tee auch weg. Das Spannende an solchen Sachen, finde ich, das machen wir automatisch. Sie alle sagen, er braucht. Sie sagen vielleicht auch manchmal, er braucht, aber Sie sagen auch ganz häufig, er braucht. Und wenn ich Ihnen aber sage, nennen Sie mir die Merkmale von Modalverben im Deutschen, hätte nur er antworten können. Das heißt, Sie haben dieses Wissen im Kopf. Es ist aber unbewusst. Das machen Sie automatisch. Sie können auch nicht eine halbe Stunde nachdenken über die Merkmale von Modalverben im Deutschen, bis Sie endlich diesen Satz sprechen. Das muss automatisch gehen. Das geht wie ein Reflex. Genauso wie ich, was weiß ich, diesen Flaschendeckel werfen könnte einigermaßen, ohne Ihnen jetzt die Wurffall sonst welche physikalischen Gesetze erklären zu können. Das können wir einfach, das machen wir automatisch. Diese Komplexität haben wir im Kopf. Noch ein Beispiel. Am Frühstückstisch. Die Mutter fragt den Vater, ob Sohn Martin schon auf dem Weg zur Schule ist. Der Vater antwortet, nee, Martin ist noch nicht losgegangen. A, weil seine Schultasche liegt ja noch auf der Kommode. B, weil seine Schultasche ja noch auf der Kommode liegt. Das ist ein bisschen schwieriger. Was passt hier besser? Gemischte. Ich höre gemischte Antworten. In diesem Kontext passt A viel besser. Und wenn Sie das selber gesagt hätten, dann hätten Sie mit Sicherheit, wenn dann immer A gesagt. Und zwar deshalb diese sogenannte Hauptsatzstellung, wo das Verb an der zweiten Stelle steht. Seine Schultasche liegt, statt Verb Endstellung auf der Kommode liegt. Die können wir im Deutschen dann benutzen bei weil, wenn weil epistemisch gebraucht wird. Epistemisch heißt, ich begründe nicht etwas. Dass die Schultasche auf der Kommode liegt, ist nicht der Grund dafür, dass Martin nicht losgegangen ist. Das zwingt ihn ja nicht dazu, nicht loszugehen. Das ist nicht der Grund dazu. Dieses Weil macht eine ganz andere Kausalrelation auf. Nämlich, ich weiß, dass er noch nicht losgegangen ist, weil ich sehe, dass die Schultasche da liegt. Das heißt, ich drücke etwas viel Komplexeres aus mit dieser sogenannten Hauptsatzstellung des Weil. Gut, diese Beispiele einfach, um Ihnen zu zeigen, wir haben komplexes, sehr komplexes sprachliches Wissen. Gerade auch in Bereichen, dieses Weil mit Hauptsatzstellung ist ein gutes Beispiel dafür, in Bereichen, die oft verpönt sind. Wo Sie oft sagen, ach, das ist falsches Deutsch, das ist ja furchtbar, wie sich das entwickelt. Gab es übrigens schon im Mittelhochdeutschen, ist nicht besonders neu, diese Wortstellung. Genauso auch in anderen Bereichen und damit kommen wir jetzt in den Bereich Kiezdeutsch. Hier habe ich ein Beispiel, das man so auch in Kiezdeutsch hören könnte. Sarah geht mit ihrer Freundin shoppen. Sie beschließen, zuerst in ein Schuhgeschäft zu gehen. Sarah sagt, A, danach, ich will noch eine Hose kaufen. B, eine Hose, ich will danach noch kaufen. Was ist besser? Was passt besser in den Kontext? Ah, ich höre viele A's und damit liegen sie auch goldrichtig. Das heißt, ich gehe auf die Konstruktion später noch genauer ein. Jetzt einfach erstmal, ich kann offensichtlich sowas wie danach und dann das Subjekt vor das Verb stellen, aber ich kann nicht einfach irgendwas nach vorne stellen. Ich kann nicht das Objekt und dann das Subjekt da hinstellen. Warum, darauf gehe ich später weiter ein. Jetzt zu Kiezdeutsch. Kurz zum Begriff Alltagssprache, die unter Jugendlichen im mehrsprachigen Kiez gesprochen wird. Und Kiez haben wir übernommen aus dem Berlinischen. Das heißt, gemeint ist hier alltägliches urbanes Wohnumfeld. Nicht das, was man im Hamburger Dialekt zum Beispiel mit Kiez meint. Das ist ein Berliner Dialektbegriff. Heißt nicht, dass es Kiezdeutsch nur in Berlin gibt. Wir nutzen einfach die Bezeichnung aus dem Berlinischen hier. Wichtig ist, dass dieser Kiez mehrsprachig ist. Das heißt, dass viele Jugendliche mehrsprachig sind. Das heißt aber nicht unbedingt, dass jeder einzelne Jugendliche mehrsprachig ist. Dieses Kiezdeutsch dient wie alle Varianten des Deutschen der Identifizierung, der Integration in die Gruppe. Ähnlich wie traditionelle Dialekte. Hier die Antwort einer Jugendlichen in Berlin-Neukölln, die wir im Interview gefragt haben. Wie fändest du es, wenn jemand, wenn ihr hier unter euch seid, Hochdeutsch sprechen würde? Ist nicht angeschlossen, würde ich mal sagen. Ich höre es hier, aber ich höre es bei Ihnen. Gut, während die Technik hilft, sage ich Ihnen einfach, was ich gesagt habe. Wie fändest du es, wenn jemand, wenn ihr hier unter euch seid, Hochdeutsch sprechen würde? Hat sie gewarnt, er denkt, er wäre etwas Besonderes. Er ist irgendwie so spießig. Wir sprechen hier ganz normal, so wie im Ghetto. Und er kommt und glaubt, er wäre etwas Besonderes. Er meint, ey, ich bin besser als ihr. Gut, können Sie es noch anschließen? Weil ich habe noch andere Beispiele. Ich habe noch relativ viele Ton- und Dingsbeispiele. Das ist etwas, was wir so ähnlich auch hören würden, wenn wir das im bayerischen Dorf fragen würden. Außer dieses, wir sprechen ganz normal wie im Ghetto. Das heißt, diesen Jugendlichen ist natürlich schon bekannt, was für eine negative Außensicht auf ihr Wohngebiet da ist. Und die übernehmen diese negative Sicht natürlich zum Teil auch. Das ist ihnen schon bewusst. Aber ansonsten ist im Prinzip genau die Sache, das klingt irgendwie gestellt und angeberisch, wenn man hier jetzt Standarddeutsch spricht. Wir haben es hier Hochdeutsch genannt, weil das ein häufiger Begriff ist. Kiezdeutsch ist kein Randphänomen, sondern ganz zentral für Sprache im heutigen Deutschland. Ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland hat einen sogenannten Migrationshintergrund. Ein höherer Anteil bei Jüngeren, ein Drittel der unter Fünfjährigen und im urbanen Raum. In Großstädten wächst zurzeit die Hälfte der unter 18-Jährigen in Familien mit Migrationshintergrund auf. Das ist für uns im Prinzip egal aus sprachlicher Sicht. Wichtig ist, wenn ich so etwas wie Migrationshintergrund habe, dann ist diese Familie potenziell mehrsprachig. Das ist aus sprachlicher Sicht ja interessant, das wird aber nicht gezählt. Wir können daraus ungefähr schließen, dass etwa die Hälfte der unter 18-Jährigen potenziell aus einer mehrsprachigen Familie kommt. Wir haben es hier also nicht mit einem exotischen Randphänomen zu tun, sondern mit dem Kernbereich dessen, was das heutige Deutsche ausmacht. Kiezdeutsch ist deshalb auch gar nichts Ungewöhnliches, sondern hat Parallelen in ganz vielen anderen Ländern. Es gibt intensive Untersuchungen, zum Teil schon seit den 80ern, zu Pendants zu Kiezdeutsch in Schweden, in Dänemark, in Niederlanden, Norwegen, Großbritannien, Frankreich. Es kommen ständig neue Arbeitsgruppen hinzu. Das heißt, das ist ein Bereich, der gut erforscht ist und von dem wir wissen, dass sich das in vielen Ländern schon lange etabliert. Sprachwissenschaftlich wird das beschrieben als urbane Umgangssprachen, urbane Dialekte. Hier ist ein Foto aus London, da wird das beschrieben als Multicultural London English. Der Londoner Kollege, der dafür einschlägig ist, sagt, wir dachten, dass Dialekte in England verwässert würden, wenn Leute umziehen. Aber was in London passiert, ist genau das Gegenteil. Migration kreiert hier einen neuen Dialekt. Das heißt, hier passiert etwas Neues in ganz Europa. Kiezdeutsch, das ist ganz wichtig, ist nicht auf nicht-deutsche Herkunft beschränkt, sondern wird übergreifend gesprochen. Kiezdeutsch entsteht im gemeinsamen Alltag Jugendlicher mit und ohne Migrationshintergrund. Das heißt, wir haben auch einsprachig deutsche Sprecherinnen. Das betone ich so massiv, weil das oft übersehen wird. Teilweise hört man, Kiezdeutsch wäre das Deutsch von jugendlichen Migranten. Das stimmt fast gar nicht. Migrant ist da praktisch niemand. Es gibt viele, deren Eltern oder Großeltern Migranten waren. Super. Die Jugendlichen selber sind typischerweise in Deutschland geboren, mit dem Deutschen aufgewachsen sind selber. Keine Migranten sind Inländer. Sind aber oft mehrsprachig, aber eben nicht alle. Hier ein Beispiel vom Spielplatz in Berlin-Kreuzberg, auf dem ich mit meinen Kindern war und habe sofort das Handy rausgeholt und geschafft, ein Foto mit meinem Handy zu schießen. Das sind zwei Erfolge in einem. Hier, Ingo plus Inga schwören sich hier ihre Liebe. Ganz typisch, was Englisches in der deutschen Jugendsprache. Love, friends and fun. Und dann kommt Canem und es geht weiter, du bist mein Engel. Wer kennt das Wort Canem? Canem kommt ursprünglich aus dem Türkischen, bedeutet so viel wie mein Herz, mein Leben. Das Interessante ist hier, dass das schon eingedeutscht ist. Da steht nämlich eigentlich gar nicht Canem, da steht Canim. Das Wort gibt es nicht. Canem würde ohne I-Punkt geschrieben. Haben wir in der deutschen Schreibung nicht. Das heißt, wie sich es gehört, für ein ordentliches Fremdwort wird das eingedeutscht. Wir schreiben Büro ja auch mit Ü und nicht wie im Französischen. Hier sieht man ganz gut, wie kreativ mit Sprache umgegangen wird in mehrsprachigen Kontexten. Wie ich aus unterschiedlichen Sprachen Anleihe mache, integriere und das aber alles wieder ins Deutsche bringe. Heatsdeutsch ist auch nie eine sprachliche Notlösung, sondern ist eine bewusste Wahl für bestimmte Situationen. Tiger Kreuzberg hier im Interview. Man sieht den Schauspieler selber nicht aus künstlerischen Gründen. Der möchte nicht als normaler Mensch im Bild erscheinen, sondern nur in dieser Kunstfigur Tiger Kreuzberg. Es ist eine Figur, die mit Stereotypen über männliche, jugendliche, türkische Herkunft in Kreuzberg spielt. Finden Sie unter anderem in YouTube. Teilweise hat er auch eine ZDF-Show. Kann ich empfehlen. Das ist ganz lustig. Schauspieler und Drehbuchautor sind selbst Berliner türkischer Herkunft, die in Berlin-Kreuzberg und Wedding aufgewachsen sind. Soll ich hier mal größer schenken? Jeder von denen ist in der Lage, normal Deutsch zu sprechen, nur es ist unschick und kur. Sprache ist wie ein Stück Kleidung. Sprache ist wie ein Stück Kleidung. Wie das Kette, was ich habe, aber das habe ich das selben Mal mit der Sprache. Das ist am 50. Man muss es so sprechen. Und die Deutschen sprechen auch so, weil sonst ist es in der Klicke den Kaderkanz. Das heißt, ich wähle eine bestimmte Art, Form der informellen Sprache, der Umgangssprache. Und das machen wir natürlich alle. Wir sprechen alle nicht immer gleich. Ich werde dafür gleich noch mal ein paar Beispiele geben. Hier einfach nur diese Aussage. Es gibt unterschiedliche Arten Deutsch zu sprechen. Dies ist die Art, die ich unter Freunden wähle. Hier was ganz ähnliches. Da haben wir eine Bewertungsstudie gemacht. Haben Jugendlichen Sätze vorgespielt. Und haben gesagt, könnte man das so sagen? Klingt das normal für euch? Und es ist ziemlich schwierig, in diesen Bewertungsstudien irgendwas Verwertbares für die Sprachwissenschaft zu kriegen. Weil alle dazu neigen, alles, was nicht Standard ist, abzulehnen und nur Standard zu akzeptieren. Und dann gehen sie raus und sagen genau das. Keiner ist sich wirklich bewusst, wie er selber spricht. Alle haben häufig so ein Bild von sich als Standardsprecher. Und auch wenn sie sich bewusst sind, dass sie anders sprechen, geben sie in so einer Akzeptanzstudie das nicht an. Hier zum Beispiel, wir sind gerade McDonalds. Er sagt jetzt netterweise, ja, das sagen wir. Obwohl es nicht richtig formuliert ist. Wir sagen es trotzdem. Das heißt, dem ist schon die Diskrepanz zum Standarddeutschen bewusst. Er will in der Situation aber nicht Standarddeutsch benutzen, weil das da nicht passt. Hier aus dem Deutschlandradio etwas. Ein Jugendlicher in der Jugendeinrichtung Arche Nohr in Köln-Finkenberg sagt im Interview, zu Lehrern und so mache ich das nicht wirklich. Ich rede so, wie ich auch draußen rede bei Lehrern. Aber halt nicht so schlimm. Und Leute, die ich gar nicht kenne, bei denen bin ich halt so ganz normal. Also ich benutze da nicht diesen Straßenslang. Bewusste Wahl, gezielter Einsatz. Hier etwas sehr nett, was mir eine Doktorandin nach einem Vortrag gesagt hat. Ich bin in Duisburg-Marxloh aufgewachsen, einem multiethnischen Viertel. Und da haben wir Kiezdeutsch gesprochen. Dann habe ich in der Graduiertenschule eine Kollegin, die aus einem auch sich selbst so bezeichnenden Ghetto in Bremen kommt. Das fand ich auch nett wegen des Lokalbezugs. Mit der unterhalte ich mich, wenn wir unter uns sind. Oder wenn wir uns ein bisschen gegen die versnobten Profs abgrenzen wollen, auch auf Kiezdeutsch. Und dann gibt es auch das Phänomen, dass man eben Jugendliche in der Bahn sieht, die zum Beispiel die Hamburger Variante von Kiezdeutsch sprechen. Und man fühlt direkt eine gewisse Verbundenheit, ein Zugehörigkeitsgefühl. Das heißt, wie bei allen Dialekten, das ist eigentlich auch gar nicht erstaunlich, so haben wir auch bei Kiezdeutsch im gezielten Einsatz ein Zugehörigkeitsgefühl. Wenn ich im bayerischen Dorf lebe, dann fange ich eben nicht an, dargestellte Standarddeutsch zu sprechen. Dann redet keiner mehr mit mir, zumindest nicht am Stammtisch. Was anderes, wenn ich zum Beispiel einen öffentlichen Vortrag halte, da passt das dann. Kiezdeutsch ist nicht vollgemangelnder Sprachkompetenz, sondern, wie sich hieraus ergibt, Teil eines größeren Repertoires. Hier etwas, was wir in einem Schulprojekt hatten, dass eine Schülerin, 15 Jahre, spricht Urdu und Deutsch, schreibt dies hier. Wenn ich das sehe, würde ich erst mal sagen, um Gottes willen, wer hat die unterrichtet? Die ist 15 Jahre, die ist hier auf die Schule gegangen, die schreibt ein, ich habe gerade einen Unfall gesehen, ein ohne jähn, ein Unfall klein. Gut, aber sie schreibt auch dies hier. Am Donnerstag, den 17.11. habe ich einen Unfall, Unfall großgeschrieben, miterlebt. Das Rätsel ist Lösung, das waren unterschiedliche Kontexte. Wir hatten ihr einmal gesagt, stell dir vor, du hast einen Unfall gesehen, haben ein paar Fotos gezeigt, wie würdest du das in der SMS an deine Freundin schreiben und wie würdest du das als Zeugenbericht für die Polizei aufschreiben? Das heißt, wir haben immer ein größeres Repertoire und wir wählen da gezielt aus und in der SMS an eine Freundin gehört sowas eben. Und im Polizeibericht gehört sowas. Ganz ähnliches aus dem Mündlichen. Ein Schüler, 15 Jahre, spricht Arabisch und Deutsch, der sagt zu seinem Freund, ich stand da so bei, zu seiner Freundin, ich stand da so bei Ampel. Er sagt zur Polizei, ich stand an der Ampel zwischen der Großbeerenstraße und dem Tempelhofer Ufer. Das heißt, dieser Wechsel zwischen verschiedenen Varianten, das ist nichts Erstaunliches, das machen wir alle so. Das machen Sie so, das mache ich so. Hier ist ein Beispiel für einen Bereich aus dem informellen Repertoire, aus einem Telefongespräch. Ich sehe teilweise erstaunte Gesichter, manches kann man überhaupt nicht. Was ist zum Beispiel das erste Wort? Wenn man es vorliest, dann geht es plötzlich. Sag mal, wollen wir nicht mal wieder ein Gartenfest mit den Kindern machen? Hast du Lust, nächstes Wochenende könnt ihr Waffeln machen? Klingt normal, oder? Weiß nicht genau, eigentlich sehr gerne, aber wir kriegen, glaube ich, Besuch von Kais Schwester. Muss ich noch fragen? Ich rufe dich mal an, okay? Klingt übrigens besonders auffällig. Habe ich gesagt. A, bin ich, B, ist meine Schwester. Ich bin Professorin für Germanistik. Hiermit oute ich mich als Standardsprecherin und auch als Sprecherin im formeller Umgangssprache. Und damit eben als kompetente Sprecherin des Deutschen. Nämlich, wir alle wechseln ständig. Wenn ich zu meiner Schwester so spreche, wie jetzt zu Ihnen, legt die auf. Und zu Recht. Das wäre völlig inkompetent. Dann würde ich einfach die soziale Situation völlig verkennen. Nämlich die eines sehr informellen Gesprächs der Nähe. Wir alle sprechen anders, als wir schreiben. Wir sprechen und schreiben anders im informellen Bereich als im formellen Reich. Wir identifizieren uns in sozialen Gruppen und wir wählen je nach Situation aus. Und dass wir nie so sprechen, wie wir schreiben, nicht einmal in sehr formellen Situationen, zeigt uns zum Beispiel die Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Was hat er gesagt? Guten Abend, meine Damen und Herren. Da fehlt ja die gesamte Flexion. Der kann überhaupt kein Deutsch. Das heißt, wenn man mal genau zuhört, merkt man, keiner schreibt so, wie er spricht. Keiner spricht so, wie er schreibt. Wir haben immer ein größeres Repertoire. Dieses Repertoire ist im Bereich von Kiezdeutsch noch größer, weil da auch noch andere Sprachen hinzukommen. Da kommen nicht nur bestimmte Varianten hinzu des Deutschen, die wir haben, zu denen das Standarddeutsche gehören kann oder auch nicht. Das ist ganz unterschiedlich in Deutschland, sondern wir haben einen mehrsprachigen Kontext. Wir haben in diesem Kontext erstmal viele Sprachen überhaupt. Davon profitieren zum Beispiel auch Ingo und Inga auf dieser Kritzeleine, die auch ein paar türkische Wörter lernen, ein bisschen Englisch können und so weiter. Und wir haben bei den mehrsprachigen Sprechern dann auch diese vielsprachigen Kompetenzen. Und das bedeutet, wir kriegen eine größere Offenheit gegenüber sprachlicher Variation. Wenn ich mehrsprachig aufwachse, dann habe ich von klein auf, von Kindesbeinen an gelernt, dass man alles auf mindestens zwei Arten sagen kann. Dann habe ich nicht diese Brille, es gibt eine Art etwas zu sagen und die ist richtig und anders geht es nun mal nicht. Sondern ich habe von Anfang an immer schon zwei ganz unterschiedliche Arten etwas auszudrücken kennengelernt. Ich bin daher viel offener gegenüber sprachlicher Variation, damit lockern sich dann auch grammatische Beschränkungen. Das hier ist ein Foto aus Berlin-Kreuzberg, wo ich lebe. Das finde ich ganz nett, da ist das die Hauswand dekoriert mit türkischen Endungen. Verbendungen kann man im Prinzip nicht übersetzen, das wäre sowas wie hätte gemacht worden sein oder so. Das sind Verbendungen einfach nur. Ich will Ihnen mal zwei Beispiele aus der Grammatik von Kiezdeutsch geben. Als erstes komme ich auf die Wortstellung, die wir vorhin schon hatten. Hier zwei Beispiele von Jugendlichen in Kreuzberg. Gespräch über einen Streit. Ich wusste ganz genau, dass er das versteht und darum habe ich das auch gesagt. Aber jetzt, ich hasse ihn. Gespräch über eine Hochzeit. Die meinten so, ja, wo ist er und so. Ich meinte, sie ist gerade vor zehn Minuten gegangen. Dann, die sind zur U-Bahn gerannt. Hier haben wir zweimal dieses Phänomen, dass ich am Satzanfang vor dem Verb zwei Elemente habe. Das Aber zählt nicht, das können Sie immer davor setzen. Ich habe jetzt und ich und dann und die. Im Standarddeutschen geht das nicht. Im Standarddeutschen muss ich mich entscheiden. Entweder steht jetzt vorne oder ich, aber nicht beides. Ich kann sagen, jetzt hasse ich ihn oder ich hasse ihn jetzt. Hauptsache, Hasse kommt an zweiter Stelle. Davor darf nur eins stehen. Dann geht der Satz weiter. In Kietzeutsch habe ich mehr Möglichkeiten. Was kann ich damit machen? Was soll das? Was ich damit machen kann, ist folgendes. Ich kann erst mal den Rahmen setzen für den Satz. Wann passiert etwas? Jetzt oder dann? Dann kann ich sagen, wer das Ganze macht. Ich oder die. Und dann, was passiert. Aus Sicht der Informationsstruktur ist das sehr sinnvoll. Es ist im Prinzip netter. Wenn ich jetzt versuchen würde, ganz ohne Sprache, jemandem hier heimlich was zu signalisieren. Sagen wir, ich würde Ihnen jetzt sagen, um neun gehe ich hier raus. Dann würde ich vielleicht sowas sagen, neun. Was ist neun? Das heißt, erst würde ich sagen, wann, dann wer und dann was passiert. Das ist die Art und Weise, wie wir Informationen gerne strukturieren würden. Erst den Rahmen setzen, dann den Handelnden angeben, dann die Handlung und nicht kreuz und quer. Ja, Rahmen, dann ein bisschen Handlung, dann nochmal ein Handelnden, dann den Rest der Handlung. So macht es aber das Standarddeutsche. Das lässt sich nun mal nicht ändern, ist auch nicht schlimm. Aber schön wäre es, man könnte es auch anders. In Kiezdeutsch kann man es anders. Das ist gar nicht so neu. Gucken wir uns hier was aus dem 15. Jahrhundert an. Früh-Neu-Hochdeutsch, wörtlich übersetzt. Danach, die edle Königin fuhr von Ofen aus auf die Güter des Lasleys. Das waren es mit großem Kummer. Danach, die edle Königin fuhr. Genau dieselbe Wortstellung. Die ist sinnvoll. Die scheint uns im Laufe der Sprachgeschichte verloren gegangen zu sein, als sich diese sehr strikte Regel, das Verb muss an der zweiten Stelle stehen, die sogenannte Verbzweitregel des Deutschen herausgebildet hat. Scheint uns verloren gegangen zu sein, sage ich deshalb, weil sie uns gar nicht verloren gegangen ist. In der gesprochenen Sprache haben wir das auch sonst noch. Hier etwas, was ich beim Vortrag einer Kollegin mitgeschrieben habe. Im Gehirn das Sprachverstehen ist wechselseitig organisiert. Wenn Sie nicht gerade auf Wortstellungen achten, hören Sie das gar nicht. Sie hören es nur, wenn Sie Kiezdeutsch erwarten. Sie hören es aber nicht, wenn Sie Standarddeutsch erwarten. Da kommt es aber auch vor. Nicht so häufig, aber es kommt vor. Das zweite sind zwei Beispiele aus dem Tübinger Korpus gesprochenes Gegenwartdeutsch. Da sollten Leute am Telefon Geschäftstermine vereinbaren. Die sagen reihenweise so etwas wie, jetzt ich wollte Sie treffen, bla bla bla. Dann wir reservieren zwei Einzelzimmer. Das kommt im gesprochenen Deutschen vor und das ist auch kein Zufall, weil es von der Informationsstruktur her sehr gut passt. Kiezdeutsch passt da gut ins Deutsche. Mein zweites Beispiel für heute Abend, Ortsangaben. Das ist ganz bekannt. Wir sind jetzt Görlitzer Park oder hier hat ein Jugendlicher einen Witz gemacht. Mein Vater geht Moschee mit Lederhose oder ich erinnere mich immer an früher, wo wir Prinzenbad waren. Das ist ein Freibad in Kreuzberg. Was man da häufig hört, Gott, das kommt wahrscheinlich, weil das Türkische keine Präposition hat. Stimmt nicht, das Türkisch hat Präpositionen, die stehen nur woanders. Die können mit Artikel und Präpositionen nicht umgehen, die können die deutschen Präpositionen nicht. Erstmal müsste ich Ihnen inrufen, die Jugendlichen sind eigentlich alle mit dem Deutschen aufgewachsen, manche nur mit dem Deutschen. Es sind nicht alle mehrsprachig, aber viel wichtiger, guck sich mal das an. An früher, da habe ich eine Präposition und in solchen Fällen habe ich immer die Präposition. Ich habe zum Beispiel auch so etwas, wir warten jetzt auf die Englischlehrerin. Der Witz ist, es gibt strikte Regeln, wann ich einfach nur einen Nomen benutzen darf, nämlich für Ortsangaben und Zeitangaben und nicht, wenn die Präposition eine grammatische Funktion erfüllt. Die grammatischen Sachen bleiben gerade bestehen. Sich erinnern an, warten auf. Kein Mensch sagt, ich freue mich Weihnachten. Ich freue mich auf Weihnachten. Die Präposition bleibt da immer stehen. Und auch bei den Ortsangaben habe ich ganz strenge Regeln. Ich darf das nämlich sagen, wenn es wohin geht, mein Vater geht Moschee oder wenn man wo ist. Wir sind jetzt Görlitzer Park, aber nicht, wenn man von wo kommt. Ich kann nicht sagen, wenn ich morgen in Berlin ankomme, ich komme gerade Bremen. Das geht gar nicht. Ich fahre morgen Bremen, ja. Leider muss ich morgen zurück. Hier nochmal was aus dem Schulprojekt. Da haben wir genau dann auch diese Switchen wieder, der Wechsel zwischen verschiedenen Varianten. Gespräch mit einer Freundin. Ich war gerade Alexanderplatz. Gespräch mit der Polizei. Ich habe auf meine Freundin gewartet am Alexanderplatz. Da habe ich das am. Die Präposition ist da, aber da, wo sie passt, nämlich in der richtigen Variante. Wir haben das übrigens in bestimmten Kontexten auch sonst in allen Varianten des gesprochenen Deutschen oder in vielen. Nämlich bei den Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs. Ich bin Blisselstraße. Sie müssen Alexanderplatz umsteigen. Das sind Zitate aus einer Umfrage, die meine Studenten gemacht haben. Die haben Menschen nach dem Weg gefragt. Und zwar so, dass man möglichst oft umsteigen musste, damit möglichst viele Haltestellen genannt wurden. Und ich hatte denen gesagt, extra mal Leute anzusprechen, die gar nicht nach Kiezdeutsch aussehen. Also jemand um die 50 Anzugträger, blond, auf dem Weg zum Feierabend. Die sagte, da hatten wir in zwei Drittel der Fälle bloße Lokalangaben. Das heißt, es ist fast schon ungrammatisch, wenn ich da eine Präposition benutze. Wir haben das sogar im Geschriebenen. In Potsdam und Berlin fällt ständig irgendwas aus. An S-Bahn, U-Bahn. Nur noch Zusammenbrüche. Und da sehe ich dann vor meinem Büro solche Schilder. Bei allen Fahrten, die Bahnhof-Charlottenhof enden. Nicht am Bahnhof, sondern die Bahnhof-Charlottenhof enden. Das heißt, ich kriege das da auch. Ich kriege es auch außerhalb. Hier, was ich im Internet gefunden habe, das war eine Chatseite für Katzenliebhaber. Da erzählen die sich, wo sie einkaufen. Wir gehen Aldi und Lidl, selten mal zum Plus. Das heißt, wir gehen Aldi, wir gehen Lidl. Die gleiche Regel, Ortsangabe, wohin? Ich habe nichts gefunden, wir kommen Aldi. Wir kommen von Aldi oder so. Das heißt, die halten die Regel ein. Diese Geschichte mit den Haltestellen ist übrigens nicht besonders neu. Wenn Sie jetzt denken, um Gottes willen, da hat sich wirklich was Fieses im Deutschen entwickelt in den letzten fünf Jahren. Es ist mindestens schon seit den Dreißigern da. Eine Kollegin, Barbara Schlücker, hat mich auf ein sehr nettes Buch, naja, nett im weiten Sinne, auf ein interessantes Buch hingewiesen von 1932. Das passenderweise heißt, wieder die Entachtung der Sprache. Und da beschwert sich der Autor, wir sind heute fast auf den Standpunkt angelangt zu sagen, wo immer es angeht, wird das Verhältniswort weggelassen. Was an Beziehungen man sich irgend so denken kann, wird nicht ausgesprochen. Das heißt nichts anderes als wir, das heißt unsere Sprache verstummt. Auf dem Bahnhof hört man, fährt der Zug Berlin? Nein, der Zug fährt Hamburg. In der Straßenbahn, ich will Friedhof fahren. Diese Faust hat er gesetzt, das soll eben so dieses Auslassungszeichen sein. Das heißt, das ist nichts Neues, eigentlich auch nicht wirklich überraschend. Das ist, da haben wir etwas, was sich entwickelt, was vernünftige Regeln hat, was man in der gesprochenen Sprache gut benutzen kann. Gut, das einfach nur so als Schlaglichter zwei Beispiele zur Grammatik von Kiezold, wo wir sehen, das passt gut ins Deutsche. Das finden wir ähnlich auch in anderen Bereichen. Das knüpft dann etwas an, was wir sowieso schon haben. Und das ist natürlich kein Zufall, es ist eben Teil des Deutschen. Ganz anders sieht die soziale Bewertung aus. Das hatte ich Ihnen am Anfang schon gesagt. Wir haben diese Standardsprachideologie. Bei Kiezdeutsch kommt noch erschwerend hinzu, dass wir in Deutschland ganz oft eine ganz enge Verknüpfung haben mit Migrationshintergrund, heißt Sprachförderbedarf. Das haben Sie ganz häufig. Und Kiezdeutsch wird häufig mit Migrationshintergrund verbunden, auch wenn das nicht für alle Sprecher der Fall ist. Es gibt diesen Reflex zu glauben, weil jemand mehrsprachig wäre, wäre er sprachförderbedürftig. Das ist natürlich Unsinn. Mehrsprachigkeit führt nicht zu Sprachförderbedarf. Sie können einsprachig oder mehrsprachig sein. Sie haben da ähnliche Spracherwerbsstufen und Sie haben vielleicht ähnliche Lücken oder eben gerade Kompetenzen im Standarddeutschen. Wenn wir von Sprachförderbedarf sprechen, geht es uns ja immer nur um die Förderung im Standarddeutschen. Das heißt in einer bestimmten Variante des Deutschen. Hier ein paar Ergebnisse aus Perzeptionsstudien. Wir haben Leuten drei Aufnahmen vorgespielt, die ich Ihnen jetzt auch gleich vorspiele. Eine klang eher nach Kiezdeutsch, die zweite eher nach dem Berliner Dialekt, die dritte nach Standardnahumgangssprache. Ich zeige Ihnen das gleich. Das war eine sogenannte Handystudie in Anlehnung an einige Untersuchungen, die schwedische Kolleginnen gemacht haben. Die Jugendlichen haben diesen Comic gesehen und sollten sich vorstellen, sie erzählen davon einen Freund am Telefon. Also sie haben Karten fürs Kino gewonnen in der U-Bahn und der Freund soll schnell noch ein paar andere einladen. Sie wollen abends diese Kinokarten benutzen. Und er sagt dann noch so etwas wie, mein Akku ist gleich alle, um zu motivieren, warum er die ganze Zeit redet, der Freund gar nicht zu Wort kommt. Das haben wir Leuten vorgespielt und gesagt, hier spricht ein Jugendlicher am Telefon mit seinem Freund. Also eine Situation, in der informelle Jugendsprache angemessen ist. Hallo, schau mal her, Lan, ich hab hier vier Kinogutscheine bekommen. Ja, von deinem alten Mann, ja. Ich wollte bescheiden, ob du heute Bock hast, mit mir ins Kino zu gehen. Aber wir brauchen noch zwei Leute. Ja, lass mir Daniel Sjada sagen. Ruf du die mal an. Sag so 20 Uhr Cinemax. Weiß ich nicht, was läuft. Musst du mal schauen, was noch gibt's? Ja, Mann, ich rufe dich zu Hause an. Jetzt ist mein U-Bahn. Abu, mein Akku geht leer. Hat auch rein. Tschüss. Hi, Philipp, ich bin's. Ich muss dir was erzählen. Hab gerade für YouChain ihr Wann fürs Kino. In der U-Bahn. Ja, Mann, von so Typen an so einem Losstand. Geil, oder? Hast du Bock, heute gleich mit ins Kino zu kommen? Ja? Cool. Aber musst mir noch einen Gefallen tun. Mach mal noch zwei Arztin klar. Digga, ich hab vier Karten. Machst du? Okay, gut. Würden uns 20 Uhr vor Sinister treffen. Ist das okay? Okay, nice. Ja, okay, sorry, Digga. Ich muss Schluss machen. Akku ist gleich tot. Sehen wir uns 20 Uhr. Okay, hau rein. Hi, Lukas. Ich bin's. Und zwar war ich gerade auf dem Bahnhof und hab vier Freikarten fürs Kino gewonnen. Ja, ich wollte dich fragen, ob du und Warren und Alex mit mir zusammen ins Kino gehen. Heute Abend so um 20 Uhr rum am Rathaus. Okay, gut. Aber mein Akku ist gleich alle vorm Handy. Deswegen will ich dich bitten, dass du nochmal die beiden anrufst und dem Bescheid sagst. Und ja, dann sehen wir uns nachher. Okay, gut. Dann bis nachher. Bye. Okay. In drei Fällen informelle Umgangssprache. Im ersten Fall ein paar Kiezdeutschmerkmale, bestimmte Aussprachebesonderheiten, die Wortstellung, die wir ja auch gesehen haben. Im zweiten Fall stärker Berliner Dialekt. In allen Fällen jugendsprachliche Ausdrücke. Standardnahe Umgangssprache. Da haben wir teilweise so ein paar Mittelschichtsmarker. Also zum Beispiel dieser Gesprächsbeginn mit und zwar. Ich habe mal aufgeschrieben, wie oft Studierende, wenn die bei mir ins Büro kommen zur Sprechstunde, anfangen mit und zwar. Das ist von der ursprünglichen Semantik, von der ursprünglichen Bedeutung von und zwar völliger Unsinn. Aber das ist mehr so etwas wie, Achtung, ich fange gleich an zu sprechen. Das ist so ein Marker, dass ein Gespräch losgeht. Und genauso fängt er hier auch an. Und zwar, ich habe und so weiter. Oder auch teilweise so ein bisschen was gedreht. Ich würde dich bitten. Wir haben das jetzt durch Studierende und Lehrer, die Lehrerin bewerten lassen. Wir haben gesagt, ihr hört diesen, da spricht jemand am Handy mit seinem Freund. Haben wir so ganz klar markiert, informelle Situation. Wie bewertet ihr den? Also ist der auf einer Skala von bis eher intelligent oder dumm, sprachlich kompetent oder inkompetent, verträglich aggressiv und so weiter. Das sind so ganz typische Differenziale, die man den Menschen gibt. Eine vernünftige Antwort wäre gewesen, keine Ahnung, wie soll ich das wissen? Die sprechen alle über dasselbe. Das sagt aber keiner. Wir alle bewerten ständig Menschen danach, wie sie sprechen. Und zwar in solchen Bereichen. Was denken Sie, wie die bewertet wurden? Wer hat gut abgeschnitten, wer schlecht? Kietzold hat schlecht abgeschnitten. Berliner Dialekt auch schlecht. Und die Standardnahe Umgangssprache gut. Hier ein paar Zitate von Lehrerinnen und Lehrern. Der Kietzold kann es nicht besser. Ghetto-Sprache. Berlinisch, prollig, voll proll, kam ganz häufig vor. Gossen-Sprache. Das kennen wir schon lange in Berlin. Der Berliner Dialekt, also schon in West-Berlin, in den 80ern, wurde so als vulgär, Putzfrauensprache bezeichnet, in einem Projekt zur Stadtsprache Berlin. Standardnahe Umgangssprache dagegen als gutes Deutsch, gut sozialisiert, gebildet, einer von uns. Man sieht da so ganz klar diese Identifizierung nach sozialen Gruppen. Ich habe den dritten Sprecher als Mittelschichtssprecher erkannt. Das ist einer von uns. Den schätze ich. Die anderen schätze ich nicht. Diese Ausgrenzung durch Sprache passiert ständig. Und im Bildungsbereich ist das natürlich ein Riesenproblem. Wir haben das schon durch die sogenannte Kevin-Studie erkannt. Die kennen Sie sicher. Einige lachen schon genau. Die wurde bekannt durch Zitat einer Lehrerin. Kevin ist kein Name. Kevin ist eine Diagnose. Was da passiert ist, Lehrern wurden Vornamen vorgelegt, sagen, das ist deine Klasse. Wie sind die? Was erwartest du an Verhaltensauffälligkeiten und an Leistungsstärke? Und wenn nach dem Vornamen jemand aus einer niedrigeren, schwächeren, sozialen Schicht erkennbar war, wurde der im Normalfall schlechter eingeordnet. Das heißt, ich erwarte als Lehrerin gleich schon mehr Verhaltensauffälligkeiten und weniger Leistung von dem. Das kann dann natürlich ganz schnell zu sich selbsterfüllenden Prophezeiungen führen. Kiezdeutsch kann es nicht besser. Voll Proll für das Berlinische. Hier jetzt einfach mal als Kontrast. Dann haben wir denselben Sprechern gesagt und jetzt stellt euch vor, ihr ruft im Kino-Center an und bestellt die Karten. Guten Tag, sorry mein Name. Und zwar habe ich für Kino-Gutscheine bei einer Verlosen gewonnen. Ja, in der U-Bahn. Könnte ich die heute Abend einlösen? Super, danke. Hm, ich weiß nicht. Was läuft denn momentan? Hm, ja. Okay. Welcher steht denn auf Platz 1? Ah, von dem habe ich schon gehört. Ja, super. Wann läuft denn die Abendvorstellung? Sonshot Race wäre passend. Na, gerne in der letzten Reihe. Würden Sie dann gleich vier Plätze reservieren? Auf Starry, bitte. Wunderbar, ich bedanke mich bei Ihnen. Auf Wiederhören. Interessant hier, nicht nur, dass es standardnah umgangspunkt ist, sondern wir kriegen auch diese so ein Zwar-Marker zum Beispiel hin. Da muss ich wirklich mal eine Untersuchung zu machen. Ganz andere Variante des Deutschen. Sprecher 2 genauso. Schönen guten Tag, Piet Mahler mein Name. Ich habe eine Frage. Ich habe vier Kinogutscheine und würde sie gerne einlösen. Wo ich die habe? Bei so einem Losstand in der U-Bahn. Sie haben auch was von dem Spiel gehört? Okay, das hilft mir schon mal weiter. Welchen Film ich sehen möchte? Welche Filme laufen denn zur Zeit? So viele Filme? Können Sie mir nicht einen empfehlen? Ah, okay. Der klingt wirklich gut. Den nehme ich. Ich nehme die Vorstellung um 20.30 Uhr. Bitte ganz oben in der Mitte. Ja. Natürlich für vier Leute. Ich habe vier Karten. Okay? Gut. Okay, dann Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Okay, tschüss. Das waren jetzt nicht Sprecher, die wir extra ausgesucht haben, weil die so gut wechseln können, sondern das ist eigentlich eher der Normalfall. Das ist für uns auch die Herausforderung methodisch. Ich kann, um Kiezdeutsch Daten zu kriegen, keine Interviews führen, weil mit mir niemand Kiezdeutsch spricht. die sprechen wunderbar Jugendsprache untereinander und sobald ich auch nur in die Nähe komme und so ein bisschen lange Ohren mache, wechseln die ins Standarddeutsche. Die Frage, wie gut das Standarddeutsche ist, wie gut zum Beispiel das schriftliche Standarddeutsche ist, das formelle Schuldeutsch ist, das hängt in Deutschland ganz klar davon ab, wie gut die Schulbildung war, die die gekriegt haben, wie sehr die Lehrer von denen zum Beispiel auch Leistungen erwartet haben. Und es hängt auch davon ab, ob die aus der Mittelschicht kommen oder nicht. Ganz schlicht, das Schuldeutsch, das Standarddeutsch ist das Mittelschichtsdeutsch. Dann ist natürlich kein Zufall, wenn Mittelschichtskinder das besser können. Die sprechen das zu Hause. Andere Sprecher sprechen andere Varianten des Deutschen zu Hause. Diese Varianten werden in der Schule und oft schon im Kindergarten sofort massiv abgewertet. Kompetenzen da werden, nicht als Kompetenzen wahrgenommen. Es ist oft nicht die Einstellung da zu sagen, ihr sprecht ein Dialekt, das ist toll, ihr müsst auch das Standarddeutsche lernen, das braucht ihr einfach, was weiß ich, für Bewerbungsgespräche, für eure Karriere. Ihr braucht jetzt beides, ich bringe euch das Standarddeutsche bei. Sondern die Einstellung ist ganz häufig so, definitiv nicht in allen Fällen, aber ganz häufig so, du sprichst falsch. Ich bringe dir jetzt bei, wie man richtig spricht. Damit werte ich nicht nur das Kind ab, damit werte ich auch die Familie des Kindes ab. Und das, was zu Hause gesprochen wird. Um das Ganze zusammenzufassen, Kiezdeutsch als deutscher Dialekt. Auf zwei Ebenen habe ich Ihnen heute was vorgestellt. Zur Dialektentstehung. Hier entwickelt sich eine multiethnische Jugendsprache im vielsprachigen Kontext, die eingebettet ist in das grammatische System des Deutschen und auf Sprecherseite Teil eines größeren sprachlichen Repertoires ist. Keiner spricht nur Kiezdeutsch. Die Sprecher sprechen immer auch andere Varianten des Deutschen. Inwieweit das Standarddeutsche dazugehört, ist wie gesagt eine Frage, wie gut die Schule war oder aus welcher Schicht wir kommen. Die soziale Bewertung von Sprache dem gegenüber. Hier haben wir ganz negative Bewertungen dialektalen Sprachgebrauchs. Darum haben Sie gelacht bei der ersten Folie. Was soll ich denn verbessern, wenn sowieso beides falsch ist? Dialekt wird als falsch angesehen. Abwertungen des Sprachgebrauchs sozial schwächerer und multiethnische Wohngebiete sind in Deutschland peinlicherweise für uns alle oft arme Wohngebiete. Und was ich noch erwähnt hatte, diese Assoziation Migrationshintergrund bedeutet reflexartig Sprachförderbedarf in der öffentlichen Wahrnehmung. Vielen Dank.